Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Heim-EM 2024, TV-Hammer bestätigt. Keine Rechte für ARD und ZDF. Die EM 2024 wird in Deutschland stattfinden. Über die TV-Rechte müssen die TV-Sender nun mit der Telekom verhandeln. Die Deutsche Telekom hat die exklusiven Übertragungsrechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland erhalten. Das gab das Unternehmen am Mittwoch in München bekannt. Öffentlich-rechtliche und private TV-Sender können nun über Sub-Lizenzen verhandeln. Telekom bestätigt den Erwerb der TV-Rechte für die EM 2024. Damit hätten auch ARD und ZDF die Chance, weiter Spiele des kontinentalen Wettbewerbs zu zeigen. Aus Kreisen der Europäischen Fußball-Union UEFA hatten bereits vor vier Wochen verschiedene Medien erfahren, dass die Telekom den Zuschlag erhält. Das ZDF hofft weiter darauf, die Fußball-Europameisterschaft 2024 übertragen zu können. Unser Interesse, die EM 2024 in irgendeiner Form im Programm zu haben, besteht weiter. Wir bleiben für Gespräche mit den neuen Rechthabern offen, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Mittwoch. Bislang übertrugen ARD und ZDF die EM-Turniere. Auch beim pan-europäischen Event im kommenden Jahr in 13 Ländern werden die Spiele in den öffentlich-rechtlichen Sendern gezeigt. Die Qualifikationsspiele der deutschen Mannschaft überträgt der Privatsender RTL. Die Vereinbarung über Medienrechte mit der Europäischen Fußball-Union UEFA beinhaltet die exklusiven Vertragsrechte für alle 51 Partien. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie weitere EM-Begegnungen werden frei empfangbar sein, hieß es. Das gilt auch für Halbfinalspiele und das Finale. Die Telekom prüft eine Möglichkeit, Sublizenzen an Free-TV-Partner zu übergeben. Den Großteil der Spiele könnte die Telekom auch zu seiner kostenpflichtigen Plattform Magenta TV zeigen. Ja, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von dieser Rechtsvergabe zur Telekom und was haltet ihr davon, dass die ARD und das ZDF nicht zugeschlagen haben? Findet ihr das gut, weil ihr denkt, okay, sie sollen nicht das ganze Geld, was wir ihnen eh schon in den Arsch stecken, dafür verpulvern? Oder sagt ihr, nein, sie sollen es genau dafür nutzen und genau das ist ihr Auftrag? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Schreibt es einfach mal in die Kommentare.